Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV News. Das Fährsystem möchte Omzi 2 erobern. Es gibt Neues von NF6 und Bremen Nord hat auch ein paar Bilder gepostet. Das alles mehr gibt's jetzt hier direkt in den News. Das Fährsystem, welches bekannt ist für professionelle Ansagen für den Train-Simulator, möchte seinen Horizont erweitern und jetzt ein Ansagesystem für Omzi 2 vorstellen. Professionelle Ansagen sind ein Nonplusultra für viele Fans des Genres, deshalb könnt ihr das Fährsystem hier ein neues Zuhause finden. Im Trailer kann man sich schon erste Ansagen anhören. Was hattet ihr von Fährsystemen? Habt ihr es schon mal beim Train-Simulator genutzt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung dazu. Hört's euch gerne mal an, wie sich so die ersten Ansagen für Omzi eventuell anhören könnten. Der Rabe 523 von unserem Partner Revet Games wird es zum Release auch bei uns geben. Ihr bekommt ebenfalls einen Steamcade zum gleichen Preis und könnt das 3D-Zug-Bonus-Punktesystem nutzen und bei zukünftigen Einkäufe sparen. Unsere Gutscheine funktionieren natürlich auch. So heißt es aktuell offiziell auf Facebook. Der SBB Rabe 523 ist ein Elektro-Triebzug von Stadler Flirt, der von Stadler Rail gebaut wurde. Diese Züge werden für regionale und örtliche Zugverbindungen eingesetzt. Den vollständigen Videolink findet ihr unten natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Schaut's euch doch gerne mal an. Neues gibt's von Lotus NF6, dem Projekt, welches wir hier schon öfters mal in den ÖPNV-News genannt hatten. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht auf der offiziellen Lotus-Seite. Beteiligte Personen sind hier Aki, Kira, Denny1011, Dark Axel Blaze LP und die Dramkatze. 1996 begann die Rheinbahn zu ihrem 100. Jubiläum die Düsseldorfer Straßenbahn mit Niederflurfahrzeugen auszustatten. Als erstes Modell wurde der Wagentym NF6 beschafft. Dieser wurde von Siemens und der Düwerk produziert und ist die erste Niederflur Straßenbahn der Stadt Düsseldorf. Wann es genau release wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Was man schon weiß, ist, dass das Projekt komplett kostenlos sein wird und irgendwann für den Lotus-Simulator verfügbar sein wird. Wann es genau ist, wissen wir noch nicht. Wir werden euch aber diesbezüglich natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Aber nicht nur neue Straßenbahnen gibt es, auch neue Karten. Das Projekt Bremen, welches natürlich schon einiger Zeit bekannt ist, dass da was entwickelt wird, hat jetzt neue Bilder bekommen. Und diese wollen wir euch hier vorstellen. Projekt Bremen ist ein interessantes Projekt, welches natürlich schon aus dem Hause Omsi kommt. Jetzt, wie gesagt, mit Straßenbahn. Könnte auf jeden Fall wieder ein absolutes Highlight werden als Add-on. Wann das Ganze genau released wird, ist natürlich noch nicht bekannt. Aktuell sehen wir hier die Bilder von Flughafen Airport. Wir sind gespannt, wann es da auf jeden Fall wieder neue Bilder geben wird. Wenn es da was gibt, erfahrt ihr es hier. Bad Hügelstorf meldet sich zurück mit eher weniger guten Nachrichten. Hallo zusammen. Zunächst möchte ich mich herzlich bei euch allen für euer Feedback und eure Unterstützung bedanken. Der Releasetag war, wie zu erwartend, äußerst aufregend. Natürlich ist uns nicht entgangen, dass es einige, zum Teil extrem starke Performance-Probleme gab. Um diese Probleme entgehen zu können, würden soeben ein Hotfix für Bad Hügelstorf veröffentlicht. Beachtet bitte, die von euch gemeldeten Fehler sind notiert und werden angegangen. Allerdings erst im ersten richtigen Patch, welches nach den aktuellen Plänen am Montag erscheinen wird. Bitte das Weiteren beachten, es gibt nach diesem Update eine kleine Anzahl an Objekte, die ziemlich stark unter der Optimierung gelitten haben. Vor allem die Bus-Depots, diese werden natürlich nicht so bleiben, sondern auch in kommenden Patchs wieder verbessert und verschönert, sobald wir weitere Optimierung vorgenommen haben. Die Schärmschlots für den Hotfix, Verringerung von Nachladeruglern durch Texturverkleinerung, C2G-KI-Busse schildern nun korrekt, Performance-Verbesserung beim Fahrscheindrucker, kleinere Verbesserung am Fahrscheindrucker und kleinere Karten-Fixes. Wir danken sehr für eure Geduld und euer Feedback und wünschen euch nun eine hoffentlich deutlich reibungslosere Fahrt auf Bad Hügelstorf 2020. Die Karte haben wir uns bereits angeguckt. Wer das vollständige Video dazu sehen will, findet den Link unten in der Videobeschreibung. Auch Projekt Gladbeck meldet sich zurück mit natürlich seinem großen Projekt, seinem neuen Mini-DLC, dem M2-DLC. Die M2 ist bereits in großen Teilen sehr weit fortgeschritten. Wir arbeiten zunehmend aktuell auch an den Details der Strecke, denn letztendlich soll die Strecke wie auch die M3 ein echtes Highlight werden. Ihr Düsseldorf-Team. So heißt es aktuell auf Facebook. Wir packen euch den Link unten natürlich in die Videobeschreibung mit rein. Da gibt es natürlich noch weitere Bilder von diesem M2-Projekt. Und zum guten Letzt haben wir noch was anderes. Dies ist ein Projekt, das die Purbeck-Briezer-Sammlung von Bussinnen abdecken soll, die die Inseln Purbeck in Dorset überspannen und von der Küstenstadt Svanensh ausgehen. Die Karte ist eine semi-fiktive Darstellung des Gebiets. Dies bedeutet, dass sie so realitätsgetreu wie möglich ist und gleichzeitig eine große Menge vorhandener Assets verbindet. Die Karte soll erkennbar, aber nicht unbedingt identisch sein. Eine neue Karte, also für OMSI 2, kommt wohl demnächst eine neue British-Karte. Also wer darauf Bock hat, der kann sich die gerne mal angucken. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist natürlich wieder auf Fellowfilms. Sobald hier neue Daten verfügbar sind, neue Bilder verfügbar sind, sobald ein Release-Datum verfügbar ist, werden wir euch das Ganze natürlich hier selbstverständlich zukommen lassen. Und das war es auch schon von unseren News hier. Ihr seht, einiges ist drin. Ist zwar nicht so viel wie jetzt in der letzten News, aber es ist halt immer ein Schwanken, ein Hin und Her von den ganzen Simulationen selbstverständlich. Und von daher muss man halt immer ein bisschen Geduld haben. Sehr schade, dass nichts Neues von der C2-Stadtbus-Familie oder vom S-Bahn-Berlin-Add-On vorhanden ist. Aber wir warten weiterhin geduldig drauf und fragen natürlich immer wieder beim Entwickler nach, ob es da neue Informationen gibt, die man uns zukommen lassen möchte. Aber da wir noch ein sehr kleiner YouTube-Kanal sind, arbeitet man noch nicht so hundertprozentig mit uns. Alle Bilder, die ihr jetzt hier gesehen habt und so weiter, sind alle aus Facebook und Co. gesammelt worden. Also wir haben hier keine Bilder genommen, die von irgendwelchen Discords oder sonst irgendwas stammen. Also das hier ist ganz offiziell. Nur falls die Frage, wie von den letzten News kommen sollte, wiederkommen sollte, hier ist nichts mit Copyright oder sonst irgendwas. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass wir uns zu den nächsten ÖPNV-News nächste Woche Sonntag hier wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Und verabschiede mich hier. Sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017